Ahoi Leute und herzlich willkommen zu meinem Video, meiner Review zu Attack on Titan Requiem Chapter Nummer 3. Ja Leute, es ist schon vor einiger Zeit weitergegangen, es hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis ich dieses Video hier aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht übel. Ja, falls ihr die letzten beiden Parts noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch gerne mal oben auf das i klicken. Da seht ihr dann meine letzten beiden Videos, aber auch in der Videobeschreibung habe ich euch die Kapitel natürlich verlinkt. Die sind sogar auf Deutsch, die könnt ihr da einfach ganz entspannt lesen. Ja, in diesem Chapter muss ich auch mal so sagen, es sind so ein, zwei Sachen passiert, die ich persönlich sogar ganz nice finde. Ich erahne aber so langsam, in welche Richtung hier die Macher von Attack on Titan Requiem gehen wollen. Ich meine gut, der ein oder andere wird jetzt sagen, ja komm Kev, es ist doch eh klar, wie das Ganze enden muss. Es basiert ja auf der Requiem Theorie. Ich bin aber noch so ein bisschen vorsichtig und denke mir, hm, vielleicht überraschen die uns doch noch irgendwie. Und ja, schauen wir einfach mal, was in diesem Chapter passiert ist. Wir fangen im Prinzip da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei dem Kampf gegen die ganzen antiken Titanenwandler auf dem Rücken von Erens Ur-Titan. Ist ja ein Szenario, wo man einfach mal sagen muss, das ist sehr, sehr ähnlich aktuell zu dem, was wir im richtigen Manga von Hajime Isayama geboten bekommen haben. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie einen mega krassen Unterschied, sondern ich finde, dass wir bisher eher so kleine Steinchen bekommen haben im Laufe dieser drei Kapitel, die anders gelaufen sind. Die fokussieren sich auch primär, primär bisher auf Erens Verhalten, wie Eren sich verhält, wie Eren sich gibt. Und ja, wir haben natürlich auch den Okapi Titan, der ja auch im normalen Manga vorhanden war, der sich hier Armin gesneakt hat. Genau alles gleich wie im Original. Und daher war ich erstmal so, okay, in welche Richtung wollen die jetzt gehen? Wird Armin jetzt irgendwie sterben? Hier mit dem Okapi Titan. Und ja, wir haben einen recht verzweifelnden Kampf auf dem Rücken. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Fight, wo man den Eindruck bekommen könnte, da geht jetzt was. Auch wenn ich doch ein bisschen überrascht gewesen bin, dass noch keiner tot ist so wirklich. Also no joke, wenn man diese Attack on Titan Requiem Theorie kennt. Das ist ja eine Theorie, wo am Ende gefühlt alle sterben bis auf Eren und Historia. Und da habe ich irgendwie gedacht, da müssten doch ein bisschen mehr der Hauptcharaktere sterben. Aber das ist zumindest bisher noch nicht passiert. Das Ganze kann natürlich noch kommen. Daher mit Vorsicht genießen meine Worte, die ich hier wähle. Ja, wir sehen, wie gesagt, dass die Kämpfe voranschreien. Wir sehen aber auch, dass die antiken Titanwanderer so ein bisschen anfangen zu schwächeln. Ja, die sind nicht mehr bei voller Kraft. Ja, hauen sich zum Teil gegenseitig eins über die Rübe. Und das merkt auch Rainer, der immer noch in seiner Titanform hier unterwegs ist. Der hier wirklich einen mega Fight hinlegt. Und der will die Gelegenheit jetzt nutzen. Das ist auch so im Prinzip das Letzte, was er in diesem Chapter sagt. Was ich sehr schade fand. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt sehen wir mal, was sich Rainer dabei gedacht hat. Aber da wären wir noch ein bisschen auf die Folter gespannt. Auch Anni hat ja ihre Fights hier. Die kämpft zum Teil gegen zwei Jaw Titans gleichzeitig. Nimmt die beiden dann trotzdem auseinander. Es ist natürlich genau wie im Uhrwerk diese ausweglose Situation. Ja, das habe ich ja damals auch in meinen Reviews zu den Kapiteln von Hajime Isayama gesagt gehabt, dass mir das sehr gut gefällt. Diese Hilflosigkeit, dass wir zwar sehen, wie sich die die letzte Bastion der Menschheit beziehungsweise die letzten Krieger für die Menschheit zusammengetan haben, um jetzt hier den Kampf gegen Eren aufzunehmen. Aber zur gleichen Zeit sehen wir halt auch, wie die, ja, ich sage jetzt mal, eigentlich groß chancenlos sind und gar nicht wirklich was bewirken können. Auch wenn immer wieder so kleine Hoffnungsmomente sind, ja, sind die hier doch eigentlich so wie ein paar Fliegen, die sich gegen Wellen auftürmen. Das, finde ich, ist auch in diesem Chapter sehr, sehr gut rübergekommen. Da haben wir dann noch die Szene, die so ein bisschen anknüpft zu dem, was wir im vergangenen Chapter hatten, das Gespräch zwischen Armin und Eren in der Coordinate. Und hier sagt Eren im Prinzip einfach nur, ja, Armin, ganz ehrlich, komm, ist mir jetzt egal hier, ich haue jetzt ab, ich habe keinen Bock mehr. Und daraufhin ist, ja, Armin hier mit Sieg in der Coordinate allein gelassen worden. Und ja, Sieg, das Meme, musste natürlich jetzt hier aufrechterhalten werden, das war mir klar. Ja, Sieg baut hier seine Sandburg in der Coordinate, wird nochmal hier mit so einem Spruch von Armin gedisst. Und ja, Sieg versucht auch irgendwie hier so, Armin die Hoffnung zu nehmen, ihm zu sagen, ja, ganz ehrlich, egal, was du versuchst, es bringt eh nichts. Und vor allem spricht, und das finde ich wieder irgendwo cool, spricht Sieg hier an, dass die Welt sich ja sowieso nicht ändern wird. Ja, also die Welt folgt einer gewissen Natur und auch die Menschen folgen einer gewissen Natur. Und diese Natur wirst du nicht verändern können. Denn auch wenn du jetzt Eren besiegst, Eren tötest, wie auch immer, der natürliche Kreislauf der Welt, der wird weitergehen. Ja, und damit spricht Sieg hier natürlich an, dass die Menschheit immer wieder ihre Fehler wiederholt, immer wieder Kriege stattfinden. Und selbst wenn jetzt hier Armin und Co. erfolgreich gegen Eren sind, wird das auch nichts an dem ändern, wie die Welt nun mal, ja, ist. Und das fand ich doch ganz cool gemacht in diesem Moment, auch die Art und Weise, wie Sieg das macht. Es hat sehr zu dem Charakter gepasst. Und da muss ich auf jeden Fall mal Props geben. Hat mir echt sehr gut gefallen. Armin will das Ganze aber, wie gesagt, nicht auf sich ruhen lassen. Denn er sagt ja ganz ehrlich, Sieg, die Menschen können sich verändern. Ich habe das schon erlebt. Menschen, die vorher verfeindet waren, die sich gegenseitig umbringen wollen, die haben dann an einem Strang gezogen. Die sind vereint gewesen, konnten ihre Unterschiede beiseite legen. Und deswegen ist Armin in diesem Chapter auch so ein kleiner Believer, will ich schon fast sagen. Ja, der glaubt hier daran, dass sich die Menschheit ändern kann und dass auch dieser Kreislauf des Krieges etwas ist, was nicht immer wiederholt werden muss. Ist natürlich ein guter Punkt bei Armin, denn auch wir Menschen sind wandelbar. Fand ich ganz gut, auch an dieser Stelle. Denn Armin will, und da hat er so ein kleines Erwin-Smith-Zitat hier noch mit reingebaut. Ja, es ist viel Fanservice natürlich hier bei Attack on Titan Requiem drin. Denn es ist ja auch von Fans geschrieben. Und zwar sagt Armin dann, dass er auch für die kämpfen will, die auf dem Weg ja schon ihr Leben gelassen haben. Ja, dass das sozusagen Sinn hat, die Rede, die Erwin ja auch schon in Staffel 3 gebracht hat, da wird so ein bisschen hier angelehnt. Ja, währenddessen sehen wir wieder draußen, wie Mikasa und Conny versuchen, sich den Okapi-Titan zu schnappen, damit sie da Armin rausbekommen. Der versteckt sich im Maul von Berthold's kolossalen Titan, wird aber, um das mal abgekürzt zu sagen, ja, auch noch aufgehalten von Mikasa und Conny. Die schaffen es erst, Berthold's Titan so ein bisschen außer Gefecht zu setzen. Und im finalen Schnitt, im wahrsten Sinne des Wortes, finalen Schnitt, kriegen sie dann auch noch den Okapi erlegt und holen Armin hier aus dem Maul des Titans raus. Und das sorgt auch dafür, dass Armin aus der Koordinate befreit wird und wieder in der Realität ist, sage ich jetzt mal. Und hier, ja, sagt er dann auch etwas zu Mikasa, Levi und den anderen. Ja, die versammeln sich dann am Ende alle auf Falkos Titan und da wird es wirklich ganz interessant. Denn hier ist der große Unterschied zum originalen Manga und zu dem, in welche Richtung wir jetzt hier in Attack on Titan Requiem gehen. Nämlich, sagt Armin, Leute, das ist nicht mehr der Eren, den wir kennen. Den Eren kann man nicht umstürmen, der jetzt hier unser Feind ist. Der will einfach alles umbringen. Der hat nichts mehr damit zu tun. Er ist einfach nur noch ein Monster. Ein Monster, bei dem wir nicht mehr wissen, wie es wirklich denkt. Und wir müssen einfach handeln, wenn wir die Welt retten wollen. Das hat er auch nochmal mit Sieg hier so in der Koordinate besprochen. Und auch das ist ein Ansatz, den sich ja sehr, sehr viele gewünscht haben. Daher ist, glaube ich, auch das so dieser Reizpunkt in diesem Fan-Manga, in dieser Attack on Titan Requiem-Theorie, dass eben hier Eren der grausam ist. Dass Eren der Kompromisslose ist und dass Eren einfach durchzieht. Etwas, was sich auch viele von euch gewünscht haben, ich kriege die Kommentare ja zum Teil heute noch, dass Leute sagen, ja, ganz ehrlich, hätte Eren einfach durchgezogen, wäre er am Ende nicht so weinerlich gewesen, dann hätten sie das besser gefunden. Und ich bleibe nach wie vor dabei, Leute, dass das nachvollziehbar gewesen ist, was Eren am Ende gemacht hat von Attack on Titan. Und dass auch dieser Twist im Original-Manga, ja, dass das alles so, ja, eigentlich gut nachvollziehbar für mich gewesen ist. Aber ich finde natürlich auch diese Route hier zumindestens interessant, bei der uns jetzt Eren als Monster dargestellt wird. Ich frage mich, ob er am Ende auch das Monster ist oder ob sich die Attack on Titan Requiem-Macher am Ende dazu entscheiden, wenn denn dann wirklich alle tot sein sollen, dass Eren dann doch wieder die Gefühle zeigt und vielleicht sogar Reue am Ende hat. Wäre interessant, das am Ende mal zu sehen. Ja, so endet dann dieses Chapter, in dem Armin sagt, okay, komm, wir haben jetzt einen Anhaltspunkt, wir müssen an den vorderen Teil von Erens Ur-Titan, er weiß, wo Sieg und wo Eren sich befinden. Und da endet auch das Chapter quasi mit dieser Wegweisung, bei der wir aber am Ende wahrscheinlich jetzt sehen, wie ein Charakter doch schon gestorben ist. Und zwar auf der letzten Seite, da sehen wir dann, wie Jean, ja, schwer verletzt, blutend von dem kolossalen Titan von Eren runterfällt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Jean der Erste ist, der jetzt hier ins Gras beißen wird. Wie gesagt, Leute, ihr habt sicherlich rausgehört hier in diesem Video, das ich doch eigentlich ganz cool finde, oder cool ist vielleicht übertrieben, sondern interessant finde, was hier gemacht wird. Und dass das auch mal eine ganz interessante Was-wäre-wenn-Geschichte werden könnte. Ich fand das letzte Chapter, was wir hatten von Attack on Time Requiem, wie gesagt, ihr könnt euch das alles durchlesen, Link ist in der Videobeschreibung. Ich fand das letzte Chapter zum Teil schrecklich, also mit Priester, Floch und Historia und Eren, die im Wald heiraten. Ich will nicht sagen katastrophal, aber das war schon echt zum Teil Grütze, will ich sagen. Und einfach nur Shipper-Feeling, ja, wo den Shippern das gegeben werden sollte, was sie wollten. Auch wenn ich selber ja ein Vertreter war von dem Eren und Historia-Shipping, aber das war echt zu Matsch, was da im letzten Chapter drin war. Und dieses Chapter hat es schon deutlich besser gemacht. Und da frage ich auch mal euch, wie empfindet ihr das Ganze? Habt ihr dieses Chapter ja besser aufgenommen? Entspannter aufgenommen, dass ihr sagt, ey komm, Kev, ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ganz interessant, in welche Richtung das gehen könnte. Die Zeichnungen sind wie immer absolut top. Muss man einfach sagen, sie kommen sehr nah an Isayamas Artstyle ran. Finde ich sehr nice. Schreibt mir eure Meinung zu der ganzen Thematik mal unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Ist eure Meinung vielleicht sogar ein bisschen anders geworden nach diesem Chapter? Oder sagt ihr, ganz ehrlich, Kev, abwarten, das Ding ist noch am Laufen. Wer weiß, was das noch für eine Grütze werden könnte. Schreibt es mir, wie gesagt, unten in die Kommentarsektion. Was mich freuen würde, Leute, wäre, wie immer, ein Däumchen nach oben. Kostensloses Abo für weiteren Attack on Titan Content. Denn ihr wisst, Leute, Final Season geht noch weiter. Und ja, vielleicht gehen wir doch noch mal in Before the Fall rein. Und schauen mal, ob wir da noch was rauskriegen. Aber gut, ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.